Hallo zusammen, heute sind wir in der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Oeynhausen unterwegs. Hier wohnen ca. 48,5.000 Einwohner und das Besondere hier ist die Nähe zur Natur. Direkt neben der Innenstadt befindet sich ein ca. 26 Hektar großer Kurpark, der so einiges an historischen Architekturgebäuden zu bieten hat, wie zum Beispiel das Kaiserpalais hinter mir. Das wurde im barocken Stil gebaut. Im Kaiserpalais befinden sich mittlerweile das GOP-Varieté, ein Restaurant sowie eine Diskothek. Außerdem sind noch weitere beeindruckende Gebäude in dem Kurpark zu finden, wie zum Beispiel das Theater oder die Badehäuser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier im Zielpark erinnert das imposante Gradierwerk an die Salztradition von Bad Oeynhausen und dient als Freiluftinhalatorium. Wer sich hier auf die Bänke setzt, wird vom salzigen Dunst umgeben, kann tief durchatmen und die Natur genießen. Musik Von dem Gradierwerk Wir sind jetzt noch weiter Richtung Werre gelaufen und hier endet auch unser Städtetrip. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.